Ich bin das erste Mal da und ich bin sehr, sehr begeistert und sehr berührt auch, weil das ist für mich eigentlich der Zweck der Wissenschaft. Ich finde es gut, dass hier für Kinder und Jugendliche und vor allem auch für Erwachsene gezeigt wird, was Forschung und vor allem Spitzenforschung für Auswirkungen auf die Gesellschaft hier in Österreich und auf die Welt hat. Es ist immer nett, das auf einem oft allgemein verständlichen Niveau zu präsentieren, was ja oft sehr schwierig ist. Es ist sehr interessant, dass man auf sehr unterschiedlichen Leveln auch von Kleinkindern angefangen hat, mal wirklich elementare Dinge versucht zu erklären, bis zu wirklich schon quasi Spezialisten. Das finde ich sehr toll, vor allem für die Kinder, weil wir nützen das als Familie. Sie sind sehr neugierig, uns gefällt das auch gut und es ist immer wieder etwas Neues zu entdecken.